Wenn ich darüber nachdenke, ist es bei mir wichtiger, was jetzt so in den nächsten 10-20 Schritten passiert und weniger wichtig, was jetzt in 20 Jahren ist oder in einer ferneren Zukunft ist. Als Bergführer freut es mich natürlich besonders, wenn ich mit meinen Gästen in den Heimatbergen unterwegs sein kann und ihnen auch zeigen kann, dass man da auch tolle Sachen erleben kann, wenn ich unbedingt aufs Matterhorn laufen muss. Hanwag produziert ja immer noch die Alpinschuhe in Bayern, im ursprünglichen Berg und das ist für mich natürlich gut, um Ideen da einzubringen. Mein Schuh für alle kombinierten Touren und Eisklettereien ist der Hanwag Eclipse. Er ist voll steigeisenfest, ist warm, auch für Aktionen im Winter und trotzdem leicht. Ein kleines, aber recht nützliches Detail ist das Heelfix. Mit dem Heelfix kann ich den Schuh individuell auf meine Ferse anpassen und verhindere damit ein Rausschlüpfen der Ferse und verbessere einfach den Halt, vor allem beim Klettern auf Frontalzackern. Im Laufe dieser fast zehnjährigen Zusammenarbeit sehe ich halt auch, wo meine Ideen in den verschiedenen Modellen drin stecken. Schuhlisch-Gesetz und Schuhlisch-Gesetz Vielen Dank.